Komm doch jetzt mal ins Office rein. Kommt einer, ist einer Office von euch? Nein! Taguila! Taguila! Oh, ich bin weg! Ich bin weg! Ich komm hoch! Ich bin SkyBridge, ich lauf weg von dem. Ja, ja, lauf runter, SkyBridge runter. Ich lauf SkyBridge runter. Folgt der dir? Ja, weiß ich nicht. Der ist nicht mehr hinter mir, nein. Der ist oben dann wahrscheinlich in Office. Lass mich hoch! Ja, ich brauch den! Oh! Der kriegt den eh, Junge. Ich hab ein Repetiergewehr. Was soll ich da reißen, Alter? Wir haben Schroten, oder so. Hier kriegt er den Deckmeter nicht. Der ist jetzt von links. Der ist immer noch oben. Ich glaub, der hat die Tür aufgemacht. Ich hab hier grad die Tür aufgemacht. Oben ist er nicht. Nade! Oh! Alter, hat die mich hier. Was kapiert, ey? Digga, Alter! Ich bin unten im Treppenhaus SkyBridge-Seite. Ich weiß nicht, ob die Nade von Takina oder so kam. Ich bin SkyBridge. Der lebt immer noch. Warte. Kein Guss war. Ich bin oben, Office. Der lebt immer noch. Der lebt immer noch. Ja, kannst du ihn dir noch holen, Domini. Jetzt kannst du ihn noch fahren. Ja, den jetzt nicht kennst, Kadir, ne? Boah, ich hab ihn! Du Basterd! Du hast mal für die Klauen gelacht. Ich bring ihn gleich um, Alter! Du bist doch eigentlich von mir. Da will er mit den Klauen! Da schießt er noch auf den! Ja, sei doch froh, der ist tot. Wo ist der denn? Du kannst dich übernehmen haben. Ich hab ihn gespottet, Kadir. Du bist doch eigentlich von mir. Du bist doch schon zu dringend genommen, man! Ist mein Office da? Nein! Ich will ihn nicht umbringen! Ist er da? Ja, kommt zum Ausgang, zum Main Exit. Er ist von der Rege Exit. Bin am Winden unterwegs. Ich hab zwei Main Exits. Ich weiß nicht, wie ich bin. Der ist in der Office-Area. Der hat hier. Say hello to my little friend! Do you know who ate all the donuts? Hab ihn! Yes! Alter, ich hab den so viel getrennt. So viel dauert, Alter. Was? What the fuck?